Die hierzu erwerbende neuwertige 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung befindet sich in Solingen-Solingen-Mitte. 2004 wurde das Wohnhaus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Garagenparkplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Terrassenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 229.000 Euro. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017